So Leute, willkommen zurück zu Affen-Party mit LookslikeZui und Zui-Link-Maru. Alter, ey, du hast doch Flöhe, ey. Hm, lecker, geh mal her. Und wie ist es? Ja, die Affen sind schon soziale Tiere, wenn sie sich gegenseitig die Insekten vorm Kopf fressen. Oder nicht gerade andere Völker abschlachten, wie wir im letzten Tag erfahren haben. Ja, ja, ja. Die Geier feiern eine Party und die machen das ohne uns. Geier feiern, diese Arsfresser. Die schnappen wir uns. Bring sie um, Mann. Ach ja, oh cool, ein Baumhaus. Oh, die Mucki ist geil. Oh, cool. Boah, wir wetten, hier gibt es auch wieder voll die fies versteckten Secrets. Ja, bestimmt, ey. Jetzt sage ich doch schon mal, oh Gott, das ist das Level. Ja, jetzt fängt es langsam an. So, aber doch, das war auch noch cool. Ja, cool auf jeden Fall, aber auch nicht leicht, muss man sagen. Ich habe ja nichts dagegen, ne, aber nur mal so schon mal, da kannst du drauf jumpen. Yeah, oh. Aber das brauchen wir bestimmt noch für irgendwas. Da hoch, da hoch. Da, 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 da. Langsam wissen wir ja, wie das Spiel tickt. Ja. Ich glaube von rechts. Ja, okay, mache ich es halt umständlich. So. Was machen wir eigentlich Reifen mitten im Wald? Nein! Wow! Ja, keine Angst, Sui, ich schaffe das schon. Oh, komm. Das war ganz schön knapp. Das hast du geschafft. Du springst immer viel später als ich. Was soll das? Ich bin hier der Springer. Und jetzt Donkey Kong wieder voll beeindruckt. Oh! Ah, geil! Da klaut er das Bonuslevel. Was ich so toll finde, ja. Da, da, da. So, immer schön. Achso, ich habe vergessen, man fliegt. Sag mir bitte mal, was meinst du, damit ich spreche. Ich bin zu spät. Ne, du springst viel zu spät. Ach, so ich springe. Naja, also gerade eben. Ich weiß ja, dass du gerade nicht steuern kannst. Sammelst du dir noch nicht ein. Sammel erst ein paar mehr. Sammel erst mal ein paar mehr. Ja, es verdoppelt sich, wenn du das Ding sammelst. Wo ist das Ding überhaupt? Komm ich überhaupt noch hin? Ja, klar. Da kommst du noch hin. Und das sage ich, obwohl ich manchmal schon spinne. Hey, wie komme ich hier hoch? Ah, da, da, da. Geil! Ich liebe das Straufenlevel. Da kriegt man am einfachsten so viel Leben. Na, bei dem Fischlevel aber auch. Da wisst ihr, wo das ist. Ja, hier auch. Gut. Nein, nein. Schnell einsammeln, yeah. Oh. Boah. Fünf. Fünf Leben. Dude. 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 So, dann haben wir den Patzer vom letzten Part auch direkt wieder wettgemacht, würde ich sagen. Oh, yes. Hm? Ich hab den... Stimmt brauchen wir doch wieder für irgendeinen Scheiß. Nein! Achso, ist okay. Stup. Boah. 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 Wie gemein. Ich dachte, ich muss... Egal. Stup. Und jetzt, äh. Bams, Bams. Wow. Was war denn jetzt? Wie geht das denn? Was war das? Hast du durch deinen... Deinen Wummern? Ich hab keine Ahnung, was grad passiert ist, ne? Aber... Oh, uh. Toll. Das zählt jetzt gar nicht, ne? Weiß ich nicht. Zählt das? Boah. Schon gut dumm. Was ist da grad passiert? Das hab ich gemacht. Kein Plan. Ich glaube, weil... Durch die Wucht vielleicht... Dass auch Wände kaputt gehen. Hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Und... Raus. Voll den Vogel gekillt. Da, da, da. Voll cool. In Neukon Country 2 kann man sich ja Huckepack nehmen, ne? Mhm. Hab da so ein paar neue Funktionen bekommen. Ich liebe den zweiten Teil. Der ist einfach der beste. Ist richtig geil. Wobei, der dritte ist ja total verhasst. Aber den liebe ich auch total. Muss ich ja ehrlich sagen, ne? Da, da, da. Den spielst du ja wieder du. Ja, ich spiel den scheiß Affen. Der ist doch cool. Du musst das fast abstellen, damit es Wirkung zeigt. Ich möchte es ausprobieren, ehrlich gesagt. Das sieht mir zu verdächtig aus. Komm mal her, ihr Assis. Ja, Assis. Bam, bam. Feier zu Ende. So. Du, du. Nothing. Da wollten sie es nur verarschen. Krieg doch recht Wut und bring jetzt den Geier um. Oh, okay. Ah. Boah. Was ist du? Ich habe die ganze Zeit Angst, nach rechts zu drucken, weil ich denke, dann fliege ich zu weit oder so ein Scheiß. Wow, wow, wow. Wow. Was so? Ich glaube, da oben ist sogar ein Heimnis. Jetzt müsste da unten ein Fass rauskommen, glaube ich. Bäm. Ja, los. Die Wand. Ja. Geil. So, ich hoffe, das eine Geheimnis da funktionierte jetzt wirklich. Weil ich glaube, man muss die schaffen. War das nicht irgendwie so in einem der letzten Parts? Ja, wir werden ja sehen. Da, 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 da. Da, da, da. Dann muss man das halt schaffen. Also, man muss halt bis zum Ende kommen oder so. Der Pfeil. Gleich habe ich es geschafft. Oh. 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 Muss man eigentlich irgendwas drücken? Ja. Wann ich schießen? Außer feuern? Oh. Wow. Wow. Also, wow. Wow, das war knapp. Kann ja nichts passieren. Oh. Und ein Leben. Boom. So. Und da hat das wieder einen Punkt. Yeah. Das ist ja geil. Gut, dass wir das nicht nochmal machen müssen. Wobei, das wäre aber cool. Wipfel-Kommune. Kommune? Kommunisten! Das ist ja ganz oderfällig. Ne. Ja, dann benutzt den Typen da. Gnervt die. Der soll mal wieder zu Banjo-Kazooie gehen. Stoop. Ist der da auch drin? Ich habe übrigens schon wieder vergessen, die Uhr zu starten, ne? Was machst du denn? Die Affe rastet schon aus. Jetzt machen wir Kong hier, Alter. Also, das ist ja gut. Das ist ja sogar schon sortiert. Ne. D.K. Kong. Donkey Kong. Und jetzt, ich gehe jetzt Teilamt los. Nö. Ist ja scheiße. Scheiße, was glaubst du, wie lange haben wir jetzt schon aufgenommen? Na, aufgenommen? Na, das ganze Level. Äh, fünf Minuten. Okay. Stoop. Ja, habe ich die Uhr zu starten? Ja, okay. Ich frage mich überhaupt, warum du eine Uhr hast, wenn du die nicht benutzt. Ja, für meine Parts brauche ich die normalerweise nicht, weil ich sie nicht auf Vollbild spiele. Und das heißt, ich sehe quasi bei Nummer 23, äh, wie das hier läuft. Übrigens, ähm, dieses Level, ich fühle mich gerade daran erinnert. Ich weiß, dass, äh, diverse Leute, also ziemlich jeder, bei jedem, bei dem ich das Let's Play gesehen habe, hier ewig hingen. Entweder, weil sie sich doof, ich weiß nicht, ob sie sich doof angestellt haben oder ob das Level wirklich so heftig war. Oder vielleicht war es ein späteres. Ich glaube, das Szenario kommt irgendwann nochmal. Auf jeden Fall meine ich mich daran zu erinnern, dass man sich hier irgendwo einfach mal ins Nichts katapultieren muss. Na, das können wir ja sehen, indem wir wieder deinen Erdbeam ausnutzen. Gratis-Bananas. Das war so nicht geplant, aber. Auch schön, dass Didi und ich uns gerade gleichzeitig am Kopf gekratzt haben. Ich meinte, hier, an so einer Stelle muss man sich irgendwo fallen lassen und da bringt mir das Rumpfen auch nicht. Wow, viel. Na. Das brauche ich, das weiß ich. Was brauchst du, das weißt du? Ja, weil das kommt... Ja. Boah. Wieder voll springt der Asoziale. Das war nicht fair, musst du auch zugeben, oder? Ne, also ich hätte auch nicht mit gerechnet, aber... So. Ähm. Das war easy. Stoop. Boah, wo war das denn? Das kommt mir die ganze Zeit vor, das müsste man sich hier irgendwo fallen lassen. Da. Unten, würde ich mal sagen. Wow. Das war geil. Das war geil. Oh ja, der Marcel. Hat ein Ziel gut gefunden. Müsste trotzdem als geschafft gelten, oder? Ich meine schon. Wir sind ja drin gewesen. Wow. Wow. Was? Was zum? Was zum? Hä? Glück gehabt. Oh, dann geben die dir eine zweite Chance, die Ekelhaften. Was? Oh, stopp. Yeah, yeah, yeah. Okay, muss ich aufpassen. Achtung. Jetzt. Ja. So. Na, wer ist der Master? Ja, das war gut. Einfach ausgewichen. Nicht noch mal. Nein, nein. Voll in die Falle getappt. Das war doof. Was, wie war das nochmal? Die Secrets zählt als geschafft, wenn man das Level schafft dann auch? Oder? Ich weiß es nicht mehr. Na, so was die Eben mit den Fässern kann man ja nicht schaffen. Da hat man ja bloß quasi die Wahl. Ich meine, gilt das jetzt als, dass sie es geschafft haben? Da muss ja, muss ja. Dann müssen wir es nochmal machen. Ach so. Ne. Ich glaube, die gelten als geschafft. Was mache ich? Du Turgle! Das heißt, du Turgle? Du Turgle. Turgle. Kannst du das Turgle oder nicht? Ähm. Ja, das ist ein Ausdruck von... Ey, was ist das? Von dir, glaube ich. Oder? Naja, von mir und meinen Freunden und unserer leidenschaftlichen Jugend. Ihr seid noch jugendlich. Ihr seid doch schon voll alt. Was machst du denn da? Du bist geistig alt und nachtet. Ich bin schon lange im Bett eigentlich geistig. So, okay. Wie viel Zeit haben wir noch? Also, wenn du sagst, das erste Level war fünf Minuten, dann haben wir jetzt gerade mal acht Minuten um. Ja. Ist ja die so schlimm, wenn man überzieht. Oh nein! Helfen wir mal drauf rein! Ja, ich weiß, es war übrigens das Level. Es war definitiv das Level. Und das wäre so geil, wenn wir das jetzt auf Anhieb einfach komplett schaffen, weil da müssen wir hier nie wieder rein. Ja. Okay, jetzt aufpassen, aufpassen. Puh. Das war... Du musst jetzt schon zugeben, das hatte ich schon... Ja, es war fantastisch. Das haben wir schon? Ich mache das jetzt einfach nochmal. Okay. Zur Sicherheit. Das war schlecht. Nein, das war eigentlich sogar ziemlich gut. Oh, ja, Kong, Alter. Oh, ja, Kong, Alter. Oh, ja, Kong, die doll. Stutt, lass mal an. Oh, Alter! Yeah! Schade. Aber du musst doch trotzdem... Das schaffst du jetzt hier. Jetzt geht's wieder los. Ist das verarsche, fast? Nee, gut. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Da ist noch einer. Nein! Oh Gott! Das ist hell, nicht verarschen. Achtung! Das ist das Verarschefass. Ja, okay. Oh Gott. Ich krieg ja voll die Paras. Selbst hier krieg ich jetzt auf einmal Paras. Obwohl das gar nicht Dead Space ist. Ah! Boah! Oh Gott, auf den Vogel. Achtung, nicht zu weit springen. Warte, das ist eine Falle. Pass auf. Oh, wie fies! Genau das meinte ich. Wie gemein! Oh, dieses Level, ne? Da denkt man, man ist cool. Dann verkackt man das total. Du warst ja auch cool bis zu dem Moment. Also, du wirst doch immer noch cool, ne? Nicht falsch verstehen. Ja, ja. Du wirst das, sagst du doch nur so. Die Zuschauer finden das bestimmt auch. Oder ich finde Marcel auch cool. Also, ne, äh, äh. Ja, aber nur im Dunkeln. Und im Winter. Jetzt macht das echt nochmal. Vielleicht kann ich hier wieder ein bisschen abräumen. Er will abräumen. Das war schlecht. Ey, wir hatten mal 40 Leben, ne? Das war auch schlecht. Aber ich komme ja immer wieder hinein. Weißt du? Weißt du? That's what he's had, wa? Das klingt immer ziemlich viel, muss man sagen, ne? Du musst zugeben, das ist schon relativ mittelmäßig. Was? Aber du weißt, wo das Fass unter dir war. Hast du so ein Fassgespür irgendwie? Ich habe so ein Fassgespür, ja. Ich habe auch ein Fassgeschwür, aber das wurde mir wegoperatiert. Operatiert. Operiert vor ein paar Jahren. Roll die einfach um. Oh! Warum kack ich denn nochmal ab bei den Sparken? Kannst du die umrollen. Ja, ich habe Angst irgendwie, dass die mich verprügelt. Achtung wieder, ne? Pass auf. Das ist wieder das Trollfass. Nein! Nein! Oh! Okay, okay. Warte, ich muss noch. Jetztse. 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 Ich sag ja schon, jetztse. Bäms. Okay. Jetzt geht's wieder los. Ganz cool, jetzt pass auf. Weil es mir jetzt scheißegal, wenn dein Gesicht da gleich das Level ziert. Ich möchte einfach so, dass dieses Level beendet wird. So, jetzt haben wir nicht zu weit Sprengen. Jetzt steuern nach links, aber nicht zu weit nach links, weil dann kannst du auch unterfallen. Ha! So. Da unten ist noch ein. Nein! Oh, was tust du? Mal den Bild haben! Ja! Boah, bitte. Ich kreuze die Finger. Ja, das ist cool! Ich did it! Alter, wer hat ihr schafft, ey. 8 zu 6. Bist immer 2 voll raus. Ich bin übrigens so froh, dass wir hier noch so viel Leben haben. Weil wenn wir jetzt hier sterben, müssen wir alles nochmal neu machen. Das ist ja klar, ne? Das ganze Level? Alle Level, ja. Wo wir das letzte Mal gespeichert haben in der zweiten Welt. Ach ja, wir müssen jetzt so kennen, die speichern. Und die war bis hier noch nicht. Und die kommt hier, glaube ich, auch erst recht spät. Stimmt ja. Okay, dann hab ich immer voll die Typen verarschen lassen. Das ist... Boah, Marcel, das war wagemutig, ist klar, ne? Na, wieso? Ich weiß, dass ich springen kann nach dem Rollen. Ja, aber das war... Boah! Ziemlich weit gerollt. Was war das, oder? Oh Gott, oh Gott! Was auf? Wie er guckt, ey. Ist immer da denk ich, goh, ich hab ein Secret gefunden. Das klappt ja sogar. Ich dachte, die Roten sind unsterblich. Waren die ja noch nicht unsterblich? Ich glaube nicht. Ah! Oh! Ey, immer die Krokos, die springen, ne? Ist doch nicht normal. Die sind so scheiße. Die können eigentlich gar nichts. Also genau wie ich. Na, na, na. Stell mal dein Licht nicht unter den Scheffel. Aber ich hab gar keinen Scheffel. Was ist da eigentlich ein Scheffel? Keine Ahnung. Ich weiß, was ein Schemel ist, aber ein Scheffel? Es ist bestimmt wie ein Scheffel, nur eine andere Form davon. Aber ich muss sagen, Jump-in-One-mäßig, Alter. Voll geile Sachen hier. Klar, das ist legendär gewesen, das Spiel damals. Und es ist es immer noch. Aber wie fies! Ich will mit drauf! Boah. Ah! Pass auf, die tun weh. Die sind giftig. Wir haben einfach einen dicken Stachel. Bärms. 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 Komm, booo! Wir haben's gleich. Wir sind gleich durch. Ey, wir haben noch kein einziges Bonus-Level, ist ja klar, ne? Ja, aber ob es hier überhaupt ein Skript? Muss. Irgendwann gibt's doch bestimmt immer. Ich behalte mal die Karte im Auge, weil ich glaube, hier ist irgendwo unter uns eins. Und man abt nicht drauf, weil man hier so Angst hat. Ah! Ich gucke unten am Rand. Boah, Vögel! Überall, Vögel! Da war ein Fass! Da war ein Fass! Was, echt? Ja, hab ich doch gewusst, ey. Genau an so einer Stelle, wo man nicht drauf achtet. Jetzt hier bestimmt auch noch was. Und bestimmt... Also... Ja, okay, dann mach erst mal das, weil es wäre dann besser, wenn wir sterben. Dann müssen wir nämlich erst bei der Hälfte wieder anfangen. Das müssen wir das ganze Level nochmal machen, um da zu dem Fass zu kommen. So, vielleicht andere Seite? Da-dam-dum-dum-dum-lbada-bada-bada-bada-bada... Oh... Nichts. Da unten vielleicht. Da-da-da. Immer nach und nach, ey. Nichts. Ey, komm schon, verarsch mich jetzt nicht. Ja, eins. Okay, badabam. Wetten, hier sind total die Bienen. Ne, sind es nicht. Das sind meine Bienen. Nur Vitamin B. Was? Nur Vitamin B. Ah, ne. Welche Vitamin ist in Bananen drin? Kalium. Ist das überhaupt Vitamin? Ich geb dir gleich mal Kalium. Keine Ahnung, ich bin kein Pharmazeutiker. Jan ist einer. Jan, sag mal, was in Bananen drin ist. Und wenn du das nicht weißt, dann musst du leider noch mal 5 Semester wiederholen. Klingt fair, oder? Ja. Oh, guck mal, ein Fisch! Er hat einen Fisch. Das sage ich. Ey, meinst du echt jetzt töten? Ich meine, wir können ja jederzeit das Level verlassen. Ach so, ja stimmt. Ja, okay. Dann rein da. Ja, wir sind cool. Ich war so darauf... Vernarrt jetzt irgendwie. Ey, guck mal, wo Candy es kommt. Das ist das Schlimme an dieser Welt. Dann gehen wir direkt noch mal rein. Wir müssen. Also. Bei den ganzen Vögeln irgendwo da unten habe ich es gesehen. Aber was ich mal sagen muss, auch wenn wir so bei der ersten... Beim ersten Part dieser Session ja total gefailt haben. Muss ich mal sagen, wir finden die Geheimnisse auf Anhieb, ne? Ja, noch. Ja, ich finde irgendwie... Ah! Oh nein! Er hätte es fast geschafft, mich wieder... Warte, ich kann das auch. Ah. Cooler Sui. Oh ja. So, das wird gleich... Falls ich überhaupt bis dahin ankomme, wäre das gleich wieder total die Panikaktion. Äh! 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 Wir haben hier voll versteckt. Nur sagen, dieses Level ist... Hm? Wegen dieser Panik hat man dieses fast nicht bemerkt. Ja genau deswegen, weil ich die ganze Zeit voll am ausrasten war. Du musst mir gleich sagen, wann das kommt, falls ich bis dahin komme. Ja. Kommt erst bei den ganzen Vögeln. Als erstes müssen wir die Hälfte wieder überspringen. Also erst, wenn die Vögel anfangen auch. Ja, dann achte ich nochmal besonders drauf, ja. Ähm... Da-da-da-da-da. So. War unten das fast so da, oder? Äh, hell. Na toll. Kann ich nochmal zurück? Nee. Hm. Also gleich kommts. Ja. Gleich! Gleich! Musst du mal auch gucken auf dem Boden, denn siehst du voll. Ah! Ah! Hier noch nicht. Bams! Bams! Zack! Jetzt kommt! Von solchen Level krieg ich voll die Anfälle. Die sind so schnell mit meinen Augen. Oh! 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 Und jetzt! Schnell! Warte! Gleich kommts! Und... Bäm! Und jetzt! Jetzt irgendwo hier! Irgendwo hier! Äh! Da! Da! Unten! Links! Spreng! Spreng! Boah! Geil! Ey, wir sind so ausflippen hier! Ich bin so cool! Okay, beide wieder gucken! Äh! Hier! Das zweite vor drei, ja! Yeah! Jetzt Donkey Kongs! Boah! Boah! Da sah ich in der ersten Session so offen! Jetzt räumst du ja total die Bonus-Level ab! Yeah! Das ist super von cool! Warte! Wir räumen die ganze Zeit auf cool! Das ist echt nicht so cool! Ach! So geht's nach oben! Nein! Mann! Da ist aber der Daheimgang! Warte mal! Den will ich jetzt haben! Er will das Rhino haben! Das will er haben, oh Mann! Das will er haben, oh Mann! Und er kommt auch ran! Der Marcel möchte das Rhino! Das sieht bei mir grad voll buggy aus, die ganze Zeit, was du da machst! Ah! Jetzt bin ich mir runtergefallen! Teuer! Da oben kommt man halt! Das ist gar nicht so gut! Naja! 200! Komm schon! Nein! Äh! Voll verkackt! Ah! Wir sind über 40! Wir haben über 40 Leben! So, wie komm ich hier wieder raus? Start und select! So! Und geil! Boah! Wir sind die Besten! So! Bumble Tumble! Wir sind die Allerbesten! Wir müssen dann mal gleich aufhören, ne? Was? Wir müssen gleich aufhören! Okay! Da kommst du hoch mit dem Biber, Bruder! Biber! Biber Bruder, komm her! BAMS! Das war ne geile Sendung damals! Ach, die Biber Bruder, die Anfangsmusik war geil! Ich mochte immer die Beleidigung von den Sputtel und so und Sputnik! Achso, der kommt jetzt hinterher jetzt, ne? Ja! Äh, was mach ich denn da? Äh, okay! Marcel ist auch so ein Sputtelkopf manchmal! Äh, ja! Was denn? Was soll denn das? Findest du das nicht schön? Ich dachte jetzt, wir sind Kumpel hier und machen hier zusammen eine coole Session hier und dann... Äh, äh... Ja, die sind Biber... Guck mal, die sind Brüder und nennen sich so, das war nur ein Kompliment! Oh mein... Mein... Mein Schwanz fummelt dir voll in der Nase rum und du... Äh, was soll denn denn mal? Junge, nimm mal deinen Schwanz aus meinem Gesicht! Guck, er schnuppert voll! Ah! Donkey Kong so... Was ist denn das? I! Waaaaat! Ich seh jetzt schon... Was?! Äh! Er hat sich nicht festgehalten! Das hab ich gesehen! Und so, bevor die letzte Aussage von mir missinterpretiert wird, würde ich sagen, wir machen hier einen Cut! Okay, okay! Das hältst du davon! Also Freunde, dann wieder... Ich hoffe mal, wir sehen uns im nächsten Park wieder an derselben Stelle und so. Wir werden auf jeden Fall Level 3 rocken, ist ja klar! Und dann bis zum nächsten Part! Ciao! Tschüss!